ach ja ist ja gleich fertig ja ich muss mir das öfters mal sagen willst du sonst verliert die lust daran ist ja nun mal so eine begeisterung weil mir zu dunkel ist und man sieht nichts mehr siehst du was ich sehe nichts siehst du schon vorbei erde alle ich hab ich sag ich hab hier kommt du noch mit und runter und zack und zack und zack das läuft wie ein länderspiel da war er wieder zu stürmisch sagt doch mal jetzt kann doch kein kein feedback hier was mein text betrifft hat nur keiner gesagt ja das sieht ja toll aus oder oder wow oder was könnte man noch sagen ist tatsächlich kann noch nichts sag mal seid ihr zu faul zum schreiben oder wie sie nicht liegt es an google plus zumal ja ich will auch mal ein bisschen so was erfahren von euch oder ob das überhaupt bei euch so begeisterung weil wenn es euch nicht gefällt wollte dann nicht machen ganz einfach denn lasse ich es so was jetzt davon lasse ich es eben ja da war es hin fliege weg so halt so rum ach alles nicht so einfach so mal siehst du das ende schon ich rieche es für mich ja schön halt wieder ein bisschen zurück das ist mit der erde es wird knapp es wird sehr knapp ja ich weiß ich könnte einfach ganz spontan so wie ich bin das jurist abbauen dann hätte ich ja noch erde aber da habe ich jetzt keine lust drauf so gibt es auch mal ja man ich glaube ich habe auch mal keine lust klack 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 schön wunderschön schöne ding gut als nächstes wird er denn auch mein wohnsitz glaube ich hoffe ich dass ich die die lust dazu finde das zu bauen mein kleines domizil wird er jetzt nicht so groß wer mich kennt weiß dass das extrem groß wird 2 erde noch ohne das reicht nicht wird reicht nicht ist das ist ja kacke komme ich da rüben rein jo ich komme nicht rüber so viel zu dem thema komme ich davon hier an die andere seite daran ist jetzt auch clever wenn ich von der seite schon ich ankomme warum sollte ich verdiene rein aber man kann es versuchen mensch oder aufzujammer mit deine klugen sprüche weißt du macht er erstmal nach hier wozu gucken kann jeder mal selber machen ja mal selber die vier ja ich weiß jetzt höhle mal selber die vier dreckig machen ja sie ist ja machst du nämlich nicht du guckst du mich ja schlimm genug faule sau zack wusch und wieder in die knie bleibt so ich hab's gleich geschafft ich hab's gleich geschafft die insel ist gleich fertig und ich könnte wette da kommt wieder irgendwas was möchte ich kenne mich doch scheiß perfektionist andere sagen das sieht so geil aus und du selber saß gut ich bräuchte mal noch hier so einen kleinen stieg und hier mal irgendwie noch so ein bisschen was hin zu zaubern jetzt auf den letzten zentimetern gehen wir doch wirklich erde aus ja erdmassaker alles weg hier ganze scheiße ich kann es nicht mehr sehen glück 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 so wenig war das bloß nur 21 willst du mich verarschen das war doch nicht bloß 21 die ich jetzt hier weg geholt habe oder ich schippe glück auch schon ist ja wohl der gipsel gipsel der frechheit halt die frech kubb happy und fünfzig könnte reichen 55 reicht ich sage jetzt reicht wenn sie nicht reicht pech gehabt bleibt die insel so wie sie ist wollte ich jetzt überhaupt noch hinsetzen ist doch fertig wo nicht ach nee da noch gut aus nichts sagen ich habe schon gesehen hier mal noch in hin denn da man noch in hin als die damalige also kommt es sag ich habe zu die baut wenn jetzt hier irgendein kommentar kommt das sieht so ich hatte auch was heißt nach wenn ich halte gebaut dann zieh dich war man das bleibt so so machen wir mal von ganz weit weg wenn du sagst das scheiße aussieht ne freundchen warte mal auf irgendeiner taste konnte ich doch hier hier oben irgendwie könnte ich doch hier diese das war das war dass das nee war dass das nee das wieder aus screenshot würde ich machen ah das wollte ich so machen wir das mal wieder an und dann müssen wir ja jetzt die ganze erde da unten weg kloppen habe ich überhaupt noch genug ja ich habe 22 schaufeln habe ich das reicht so jetzt rutsche ich hier erstmal die ganze scheiße weg alles weg hier massaker jetzt der diamanten schaufel würde die arde nur so fliegen gott sei dank geht das abbauen schneller als das aufbauen ne gut da werde ich mal ganz schnell einsammeln er das wichtig haben wir jetzt gelernt ist lebensnot wichtig wenn man mal so eine geilen ideen hat und irgendwas aus ganz viel erde baut stehst du naja da hast ganz genau musste überall buddeln damit er aber kriegst ja hast du es nicht so gut wie bei mir hier der kissenweise erde hat auch hier liegen ja ohne weg macht ihr denn hier so haben wir hier alles weg hier ist alles weg ach nee das ist ja nee nee das darf ich nicht ich wollte hier jetzt schon anfang mit leicht vermacht vertan komme ich hier ich komme gar nicht ran na gut dann eben nicht muss ich doch krabbeln hätte er seine gott boah intelligent intelligenz pur hier oder alter wo ist ja jetzt die arde hingefallen och ey du hast das jetzt nicht gesehen ne einfach mal nicht hingucken einfach mal augen zu machen ist ja dann tut das auch nicht so weh wenn man sich das anguckt oder wenn man sich halt nicht anguckt sonst ist sonst da lang kopfschmerzen aussieht gut es geht bis hier hier hänge ich mich mal in die knie ich kann ja noch ein bisschen vorgehen da komme ich nicht da komme ich daran da komme ich auch nicht gut erde sammeln gehen wir mal auf sammelkurs ich bin erdgeil ist ja auch so wertvoll die erde findet man ja nicht an jeder ecke zu erde gut warte mal ich mache mal hierzu das ist mir ein bisschen zu riskant ich kenne meine kunst einfach mal so irgendwo rein zu fallen au mein bein aber mein anderes bein gut dann sind wir doch gleich fertig hier den kleinen kleck noch weg äh klecks gut da taue ich jetzt einfach alles weg und sammle das dann nachher auf hier unten muss ich ja eh noch alles weghauen hier sowas was jetzt nicht so wirklich dazu passt das muss ja es soll ja dann nachher so aussehen als ob die erde die insel die insel von hier unten einfach wo es nach oben geschwebt ist ne warum weiß keiner das ist ein mythos ne etwa mal vor langer zeit und darum muss ich ja den boden hier noch so ein bisschen angleichen damit das ungefähr die form von der insel hat kann ich ja unterfallen nicht wirklich aber bei meinem bei meinem können falle ich ja überall runter so dann machen wir mal hier hinten noch alles weg gut kannst du mal bitte weg gehen danke kannst du mal bitte weg gehen danke ach ja ging doch einigermaßen schnell ne die ganze scheiße hier so so